Hallöchen und willkommen zum vorletzten Level in Shift Happens mit TinkerLeo. Heyo! Hallöchen! Ist das Laser? Ja. Ein, 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 wie immer ein sehr guter Start, ja, wie immer. Warte mal. Ja, natürlich sind das Laser, aber, oh, willst mich hier... Oh, ja, ja, die Idee ist gar nicht schlecht, du wirfst mich nach links. Mist, es ist diese kleine Lücke, in die ich dich reinkriegen muss, ne? Ja. Yes. Oh Gott, ich glaube, es hat bei mir an der Tür geklickt. Ach, verfaxig. Du hast ja bei mir an der Tür geklingelt. Willst du schnell? Ja, warte, warte, warte. Erzähl was Interessantes, gleich wieder da. Erzähl was Interessantes, ich würde ihn so gerne jetzt noch ein paar Mal, während er das nicht mitkriegt, da in die Stacheln reinschmeißen, aber irgendwie wäre das unfair, oder? Weh, verratet ihm das. Weh, weh, weh. Okay, ich guck schon mal, was man alles Interessantes tun kann. Kann ich den nicht hochnehmen? Ne, ich kann den nur schieben. Guck mal, gucken wir einfach mal, was ich damit tun kann. Nichts. Riech den nicht da durch. Verboten, verboten. Okay, das geht nicht. Hm, okay. Warte mal, ich könnte ihn auch. Ich glaube, nach rechts springen kann er nicht, oder? Huhuhuhu, gleich fällt da von hinten was? Wieder da? Ja. Hast du das Level schon gelöst? Ja, easy. Alle Punkte bekommen. Du stehst da so auf einem Zehenspitzchen, glaube ich. Gleich fällt sie nach hinten. Oh shit, du hast mich hier hoch, ohne mich zu killen. Ah, warte, nein, du kannst mich ja wieder beleben. Ich hab dich natürlich nicht gekillt. Nicht ein einziges Mal. Aber ich komm da nicht rüber. Kannst du nicht noch ein Stück nach links hüpfen? Nein, nach links geht gar nicht mehr. Geh mal so, dass ich dich nehmen kann. Ich will mich nicht bewegen. Ich stehe nämlich super. So. Okay, probier mal, ob ich dich nach rechts, weißt du? Wenn ich dich nach oben schmeiße, dann nach rechts. Nee. Gar nicht? Komm ich genau, dann lande ich genau in diesem einen Stachel drin. Aber das muss, also anders kommen wir hier nicht durch. Hä? Warte mal, ich hab ne Idee. Wir haben doch den kleinen Würfel. Den hab ich nur nach da unten gelegt. Wärst du, wenn wir den Würfel zuerst nach da oben? Den kannst du auch aufnehmen. Nee. Echt nicht? Ach doch, jetzt geht's wieder. Ja, weil du kannst doch den Würfel da hochwerfen. Vielleicht nicht so, dass du dir auf den Kopf fällst, sondern da hoch, wo ich eben war. Und dann mich da hochwerfen, you know? Komm mal hier. Ja, oder so. Ups. So. Oh yeah, baby. Irgendwie kommst du jetzt aber weiter. Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal, vielleicht musst du auch hochkommen, aber wie? Ja, geh mal. Nee, aber dann kommen wir wieder nicht weiter, das ist ja das Problem. Ja, ja, ja. Kannst du als Dicken den Würfel fangen? Das weiß ich nicht, aber... Ich muss ihn mich erst schmeißen lassen. Geh mal an den Rand. Oh, das waren meine Nüsse. Okay, ich schmeiß den hoch und danach machst du dich dick. Ich glaube, die Idee ist gut. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay, warte mal, ich sag dir, wenn ich hüpfe und schmeiße, auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, aber schmeiß den doch und mach dich klein, dann werde ich automatisch dick und dann... Boah, das hast du mir jetzt unter die Bauchkante geworfen, ey. Ich bin nicht gehüpft. Mein X-Reaktor, ich weiß nicht, ist das... Ja, dann lass uns mal tauschen. Ja, dann lass uns mal tauschen. Aber der greift auch danach, aber... Ja, dann lass uns mal tauschen. Aber... Okay. Okay, ich werfe und mach groß. Oh, ich hab mir meinen Bauch weggedrückt. Ist mir nicht aufgefallen. Ist das witzig. Okay, nochmal. Aber meiner greift zumindest. Siehst du den Greifen? Ja, ich hab bei mir auch einen Greifen gehabt. Achso. Oh, shit. Alter, Tastenkombination. Hand-Augen-Koordination. Bei mir grad auch. Irgendwie, also bei mir erreicht das nicht mal... Wenn ich den werfe, ist der nicht, kommt der nicht mal so hoch, wie wenn du den würdest. Geworfen hast, eben. Also, weiß ich nicht. Irgendwas muss doch hier anders zu machen sein. Das kann doch nicht sein, dass wir hier im ersten Vorlevel hier irgendwie feststecken. Wir kommen hier... Hier kommen wir durch. Könnten auch das hier kaputt machen einfach. Ach nee, da muss bestimmt einer oben runterfallen. Nein, aus, hol, sitz, was? Also, ich... Ich glaube, wir brauchen den Stein. Ich will den mitnehmen. Außerdem, da sind wieder drei Punkte, die wir sonst nicht kriegen. Wie kriegen wir die Punkte sonst da oben? I don't know. Aber den können wir nicht hier durch mitnehmen, ne? Nee. Hä, ich bin super verwirrt, ehrlich gesagt. Wir versuchen es noch einmal mit dem hochschmeißen. Warte mal, schmeiß den mal auf dieser Stachelseite hoch, damit die Stacheln weg sind. Okay, und jetzt schmeiß ihn nach links auf das Ding drauf. Da bleibt er nicht liegen. Aber da könnte ich ihn wenigstens schnappen. Jetzt bin ich unten, Mist. Äh, warte. Ja, ich muss schon groß bleiben dafür. Ach so, ja. Yes! Jetzt die Frage, ob du dir das auch hochgeworfen kriegst. Ohne Hüpfen. Jetzt mach nochmal. Deine hat so eine Woche Verspätung auch mal dann gegriffen, ey. Oh Mann. Next bin ich nicht, der das jetzt ständig verkackt, ne? Okay, das hab ich verkackt. Come on! Warte. Ah, der hat voll reingegriffen, ne? Doch eben, war das eben ein Bug, dass es überhaupt funktioniert hat? Oh, wow. Okay. Aber wir kriegen ihn nicht auf diese verfickte Plattform. Wir kriegen ihn nicht auf diese Plattform. Nee, ich glaub auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen ihn da rüber... Aber warte mal, das würde doch eh nichts bringen. Verstehst du, was ich meine? Warte mal, wir sind doch verblödelt. Warte mal, hier, spring mal nach links und jetzt spring mal nach rechts. So, pass auf. Nein, warte, warte, spring nochmal nach links, komm nochmal nach links. Okay, als Kleiner. Warte. Wir brauchen den Würfel nicht. Der Würfel war nur dafür da, das ist volles Trollding. Heb mich hoch. Warte. Ah! Er kriegt dich nicht. Warte mal, ich versuch mal ein Stück vor. Maybe shit doesn't work. Versuch du mich mal zu kriegen, aber ich glaub, das geht nicht. Wow! Das ist ja rund. Also, was ich dachte, ist nämlich, dass wir uns jetzt einfach hin und her springen können, sozusagen. Also, ich fang dich hier auf, dann, äh. Ich krieg nie mal ein X angezeigt. I'm so confused. Und du als Kleiner kannst aber nicht darüber, ne? Doch, doch. Aber ganz durch kannst du nicht. Ach, du meinst, bist du noch ganz da drüben? Erfreulich nicht, wenn du mich in der Mitte fett machst, aber... Wow! Das war keine Absicht, wirklich nicht. Yeah! Nope! Habe ich jetzt keine Punkte mehr, die du mehr klauen kannst. Kannst du auf das Ding draufstehen? Ja, ja, ich kann draufstehen, aber dazu muss ich halt drauf... Aha! Warte, weil wenn du drauf bist... Ah, warte mal. Geh mal hoch. Ja, warte. Du kannst jetzt da draufstehen, ja. Okay, es bringt halt auch nichts. Nee, es... Ah, warte mal, aber ich kann... Warte. Ah, schade. Ich dachte, wenn ich den werfe oder so, dass es irgendwie... Okay, lass uns die drei Punkte scheiß drauf und dann... Ja, das Problem ist, ich glaube, wir können hier gar nicht durch, weil... Wir brauchen einen, der von ganz oben runterfällt, als... Hä, wie sollen wir das denn machen? Und gleichzeitig? Nee, bringt nichts, ne? Ach, kacke, Mann! Nee, wir brauchen einen, der ganz da oben... Okay, dann nochmal. Ich verstehe es auch nicht, Alter. Komm mal her. Ja. So, und jetzt versuchen wir, das nochmal da hochzuschmeißen. Oh, oh, okay, okay, okay. Weil... Die ist nicht so gefährlich wegen der Lenkung. Oh, shit, warte. Okay, du wirfst und machst groß. Also, es war nix da und meiner hat danach gegriffen, zumindest bei mir. Ich glaube, dass der bleibt nicht lang genug oben, aber... Nee, der will den nicht. Aber wie sonst? Was gäbe es noch? Warte mal, ich glaube, wir brauchen den Würfel dafür gar nicht, sondern wir brauchen irgendwie... Musst du auch hier hochkommen... Ja, aber das ist das Problem, dass ich dich hier rüberwerfen kann. Kannst du nicht, wenn du das Ding... Also, mhm, warte mal. Wenn ich hier ganz... So, ich kann... Also, wir hatten schon festgestellt, dass ich dich hier oben nicht fangen kann, wenn du hier hochspringst, ne? Das ist auch scheiße, ey. Nicht mal von dem Würfel aus? Mhm. How the fuck? Ich freue mich schon auf die Kommentare, die irgendwie seit 10 Minuten haben das Level gesehen und wussten sofort, was Sache ist. Ich... Ich weiß es tatsächlich. Ich... Ich finde es nicht was. Nee, ich... Genau, es ist für mich aber absolut... Ein absolutes Rätsel. Also, so komplett... Nimm mich mal und schmeiß mich mal nur nach oben. Hier ist doch kein Geheimgang. Okay. Ah, warte, warte, warte. Ich schmeiß mal nach oben, du bist fett. Ah, ja. Jop. Wir müssen da irgendwie durch. Ja, es muss einer da oben hin. Ey, ich wette, wenn wir das einmal hinkriegen, dann vergiss die Person, die oben ist, sich fett zu machen. Ich freue mich schon drauf. Ähm... Das bringt alles nix, ne? Wie kriegt man den zweiten hier hoch? Warte mal, ich schmeiße ihn mal hoch, werd groß und du nimmst ihn von links. Wir müssen den irgendwie auf die zweite Plattform kriegen. Und das haben wir vorhin geschafft. Was, wir haben das vorhin geschafft? Ja, vorhin hab ich den doch einmal ganz kurz gehabt. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Aber ich glaube, das war ein Bug. Nee. Oh nein. Jetzt ist aber die... Ey, warte, das ist genial. Nein, der warte doch, vielleicht ist es genial. Überleb mich mal wieder und guck mal, ob du mich da hochschmeißen kannst. Aha. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Kannst du den jetzt nehmen? Nope. Kannst du den wieder unterschmeißen? Ähm, ich glaube nicht. Wir haben's halt kaputt gemacht, ne? Oh. Oh. Warte mal. Alter. Du wirst jetzt dick und dann nimm ihn. Nee, nicht, nicht. Ach, du meinst von der Seite. Okay. Kann ich nicht. Kann ich auch als kleiner gehen, weil man sollte den da ziehen können. Ach so. Aber es reicht irgendwie nicht. Kannst du mich mal hoch? Oh, warte, ich kann aber hier hochspringen und den mitnehmen. Oh, okay. Also mit anderen Worten, das ist eine voll bescheuerte Idee. Oh, warte. Ja, aber grundsätzlich ist das keine bescheuerte Idee. Wir müssen den auf die zweite Plattform kriegen. Und gerade eben hast du den ja doch links... Aber warum denn auf die zweite Plattform? Wir müssen doch eigentlich nur den einen von uns auf die zweite Plattform kriegen. Nein, pass auf. Also, nehm mich mal kurz, bitte. Ja. Okay. Und schmeiß mich mal mal hoch. So. Also, ich müsste den dann als Großer hier nehmen. Und dann muss ich den hier drauf kriegen. Und als Großer da rüber schmeißen. Aber das funktioniert doch gar nicht. Die Würfel passen doch gar nicht durch diese komischen grünen Wände. Durch das da oben auch nicht? Nein, durch alle nicht. Ja, aber wie kriegen wir ihn denn überhaupt darüber? Wir brauchen den Würfel gar nicht. Wir brauchen zwei Leute da oben, wo du jetzt bist, damit einer den anderen werfen kann. Du hast recht. Aber das kriegen wir nicht hin hier. Nee, weil, weiß ich nicht. Irgendwie komme ich hier nicht hoch genug, dass du mich aufheben kannst. Kann aber auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, rennen und dann... Nee. Alter, das war voll der Cheat, dass die gerade das vorletzte Level einfach nochmal so richtig asozial schwer machen, ey. Weil, ich meine, guck mal, du kannst mich hier hochkriegen, aber... Wie kommst du jetzt hier hoch? Bestimmt machen wir es einfach komplett falsch. Wir machen irgendwas falsch, ich weiß nicht was. Weiß aber auch nicht was. Und wieso ist dieser Laser da? Der Laser ist nur da, dass du hier hinten rumgehen musst, glaube ich. Also das ist quasi der Hinweis von wegen, ey, du musst hier lang gehen. Aber wir brauchen den Würfel ja für irgendwas, ansonsten würde der hier nicht liegen. Den brauchen wir, um die Stacheln wegzumachen, das haben wir ja jetzt. Nee. Nee. Oh, keine Chance. Weil ich muss doch irgendwie... Ich meine, irgendwie muss doch einer dann durch dieses grüne Tor da oben kommen können. Ich verstehe es gerade auch einfach nicht. Ich gucke doof, aber ja, die Kommentare sind voll nachher und so, Mann, seid ihr blöd. Aber... Ja, aber ich habe auch gerade voll den, voll den What-Blick. Weil, wie soll das gehen? Ich überlege gerade, ob ich den irgendwo hinwerfen kann, wo er halt, weiß ich nicht... Was hilft, aber ich glaube nicht. Weil selbst wenn ich ihn so... Oh, weißt du, was ich glaube? Muss vielleicht springen und ich werfe den Würfel und du musst da drauf landen. Oh Gott! Meinst du? Keine Ahnung, wollen wir es probieren? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich kack mir ans Bein. Was soll das denn, ey? Kann man das noch irgendwie schwerer machen? Alter, wie gut du wieder bist. Wahnsinn! Und du hast auch noch geschafft. So, kommen wir hier rauf. Alter. Jetzt kommen wir nicht da hoch. Warte, ich muss euch... Oh. So, warte, wir machen mal erst... Genau. Erst den Würfel her und dann... Äh. Weißt du... Okay. Kommst du jetzt da drauf? Nee. Nee, du musst ihn hinlegen und dann... Nach unten und A ist hinlegen. Ja, aber das Problem ist... Bitte? Wah! Wenn du jetzt drauf gehst, kann ich ihn nicht nehmen. Doch, doch. Nein. Oh, kannst du wirklich nicht... Wäh? Das Problem hatten wir ja schon mal. Ja, stimmt. Das reicht so. Oh. Äh. Ist irgendwie... Ich hab so das Gefühl, dass die letzten beiden Levels irgendwie so die Challenge, ob du das Spiel verstanden hast. Ja. So, wo du da vorstehst und denkst, hä? Weil hier drüben ist ja auch einer der Plattformen nicht, ne? Stimmt. Oh, und es ist auch so, dass die Plattformen durchfallen, okay. Hä? Dann weiß ich aber gar nicht, was wir hier überhaupt machen sollen. Naja, also hier ist... Ähm. Dich will ich grad nicht. Hier musst du wahrscheinlich jetzt da drauf, weißt du? Oh, ja, ja. Den Würfel da drauf und dann da drauf springen. Okay, das macht Sinn. Guck mal auf meinen Köpfen. Vielleicht bringt das irgendwas, wenn wir den Schalter umgelegt haben. Ich glaub zwar erstmal nicht, aber wir können's ja probieren. Oh. Ja. Ich muss schon drauf bleiben. Äh, achso, ja, warte. Der wobbelt so hin und her. Okay. So, und jetzt müsstest du... Aha. Bitte. So, jetzt können wir grundsätzlich da rüberspringen, aber... Müsste gehen, wenn du als Kleiner da hochgehst. Ich will das Ding da drüben noch haben, irgendwie. Ja, ähm. Ich weiß gerade auch nicht so genau. Kannst du denn... Warte mal. Ach, Quatsch. Wir sind doch dumm. Wie hast du den Würfel denn da durchgekriegt? Krieg ich den jetzt nicht wieder zurück? Nein. How the fuck? Dieses Spiel hasst uns, oder was? Okay. Aber... Wir kommen jetzt auf der anderen Seite nicht mehr weiter, ne? Der Würfel muss ja drauflegen, damit das funktioniert, oder? Ja. Hilfe. Scheiße. Müssen wir jetzt neu starten? Ich befürchte es. Alter, das ist wirklich das absolute Katastrophenlevel hier, ey. Das ist definitiv ein Bug, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das angedacht ist. Ich glaube, das ist, weil du gestorben bist mit dem Würfel, ist der da weggeglitscht. Ja, wie starten wir denn das Spiel jetzt neu? Äh, wir können... Warte mal kurz. Äh, Level neu starten. Wow. Okay, aber diesmal wissen wir ja, was zu tun ist. Also, Godspeed. Hier, warte mal. Ich helfe dir. Oder du... Du hast nicht mal alle erwischt hier, Sauerei. Wir haben bestimmt 20 Minuten in diesem Level verbracht und du hast nicht mal alle erwischt. Wow. Komm her, Dickerchen. Ah, nee, andersrum. Oh, so geht auch. Ach, muss ich wieder? Ja. Okay. 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 Und go. Wir hätten die Aufnahme neu starten sollen. Hätte auch gesehen, als wären wir die übelsten Profis, ne? Ja, das stimmt, ey. Wir hätten einfach so tun sollen, als wäre gar nichts gewesen. So, so. Ja, whatever. Also, willst du jetzt den Shit hier oben noch versuchen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wie. Ich auch nicht. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dass es so ähnlich ist, wie... Also, um hier drauf zu kommen, musst du mir ja den Würfel... Musst du ja, ähm... Den Würfel da drauflegen. Genau, nein, nein. Du musst den Würfel ja holen und ich muss draufstehen. Und das geht hier drüben auch. Weil, wenn du den Würfel holst und du stehst drauf, dann... Ja, aber das Problem ist... Genau, das Problem ist, du kommst da nicht hoch mit dem Würfel und draufstehen. Ups, Alter, warte mal. Oh, oh. Oh, kacke. Ja, ich kann den nicht ziehen, während ich falle. Ey, wenn du den jetzt schon wieder durch das Force-Feld drückst, ne? Ich will nicht. Ah ja. Kannst du jetzt drauf hüpfen? Oh, warte, jetzt kann ich drauf. Scheiße. Aber in dem Moment... Hüpf mal hoch und in dem Moment, wo ich hüpfe... Pass auf. Genau, so müssen wir es machen. Auf drei dann. Eins, zwei, drei. Yes. Hochwerfen, bitte. Ah. Oh. Eins, zwei, drei. Wir sind... Geh mal, du ein Stück höher. Oh. Warte mal, ich muss den... Oh, du musst vielleicht den... Warte mal, lass mich mal dick werden und du schiebst den und stellst dich drauf. Bissen. Ja, ja. Noch ein kleines Stück, ne? Oh, oh Gott. Ich kann mich leider nicht mehr viel bewegen, sonst... Ich mich auch nicht. Ja, du musst den ganz an die Seite... Warte mal, wenn ich dick bin... Genau, genau, genau. Wirf den mal an die Seite und dann spring als Kleiner drauf. Gott. Dum, dum, dum. Voll easy. Hätten wir die Aufnahme neu gemacht, würden wir aussehen wie krasse Profis, ne? Ernsthaft, aber richtig ernsthaft, ey. Und so mussten die Leute mindestens 15 Minuten mit uns leiden. Ich freue mich schon drauf. Wow. Wuhuuu. Oh, shit. Ich hab... Na, was soll's. Löff mich nochmal hoch. Mit dem... Mit dem Würfel nochmal hochwerfen. Oh. Wir sind beide dick. Was? Jetzt bin ich weg, jetzt geht's wieder. Boah. Geh runter. Was war das denn? Du musst runter gehen. Warte, jetzt. Warte, bist du gerade dick oder dünn? Ich bin dick, du? Ich bin auch dick. Bei mir bist du dünn. Okay, dann warte mal kurz. Nein. Ich glaube, das Spiel hat gedesinkt, solange sollte man in keinem Level brauchen. Okay, bist du jetzt dick oder dünn? Ich bin jetzt dünn. Ich bin jetzt auch dünn. Jetzt bist du dick? Jetzt bin ich dick. Okay. Hat sich wieder gesinkt? Nee. Was bist du jetzt? Du schwebst bei mir in der Luft, ich bin dick. Du bist bei mir nicht in... Ich fürchte, wir müssen das Level neu starten. Wir haben es schon wieder gehabt. Oh mein Gott. Alter. Also bei mir bin ich dick. Warte, warte. Warte setzen. Come on, come on. Ja, ich sehe es, weil du bei mir so rum... Und du bist bei mir dünn, aber bist nur am... Ja, genau. Wir haben das gleiche. Okay. Also statt mit Level neu. Werden wir es jemals schaffen. Who knows. Herzlich willkommen zu einem neuen Fall. Ich hoffe, ihr habt drei, vier Stunden Zeit. Die werden wir brauchen. Ach so. Ach so. Nein. Absicht. Ja. Das fühle ich dir nämlich auch. Okay. Puh, okay. Eins, zwei, drei. Ey, dass du das bis jetzt jedes Mal hin... Ach, come on. Ach ja, warte. Aber ich habe mich dick gemacht. Wollte gerade sagen, du hast nichts falsch gemacht. Aber ich wollte gerade voll das Kompliment machen. So von wegen, ey, dass du das jetzt jedes Mal richtig... Also das, ne? Okay. Eins, zwei, drei. Und jetzt schaltern wir die nächsten 30 Minuten an diesem, an diesem Ding. Eins. Geh mal ein Stück weiter rechts ein ganzes Stück noch, bitte. Noch ein Stück. Eins, zwei, drei. Das war interessant auf jeden Fall. Vielleicht gehe ich noch ein Stück weiter nach rechts. Ach, kacke, du brauchst mich, ja. Ich brauche dich. Also hier bei dem letzten Level, ne? Da bin ich echt... Eins, zwei, drei. Okay, diesmal, Gott sei Dank. Ich glaube, es war... Ich habe nicht richtig genug geworfen oder sowas. So, wie haben wir das jetzt hingekriegt? Müssen wir dieses Ding wiederholen? Ja. Äh, nee, Quatsch. Du musst hier hochkommen. Äh. Ich bin hier hochwerfen und dann hochkommen. Mann! Ja, kannst hier hochkommen. Jetzt nimmst du es und stellst dich hier in die Mitte. Genau. Oh, warte. Jetzt springen wir drauf und dann ziehst du hoch. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ich bleib hier oben stehen. Du wirfst ihn an die Seite. Weiter an die Seite. Yes. Ding, ding, ding. Wir nehmen jetzt den Würfel mit. Alter, wenn wir jetzt... Wenn da nicht gleich... Wenn da jetzt noch ein Driezel kommt und nicht gleich die Tür ist, bin ich aber richtig frustriert, ey. I tried, really. Eins, zwei, drei. Nimm die Punkte mit, nimm die Punkte mit. Sehr gut. Warte mal. Nee, wie komme ich jetzt da hoch? Wieder draufwerfen. Was? Da draufwerfen. Ah, nein, warte. Wie komme ich denn noch hoch? Ah, ja, warte. Ich glaube, wir müssen es jetzt zu zweit machen ab jetzt, weil... Weil, warte. Komm, komm. Ach, warte. Really? Nein, nein. Mach den doch mal da drauf. Mach den Würfel da drauf. Komm zu mir. Schmeiß mich auf den Würfel. Ach, ja. Ja, das geht ja auch. Nein, nein. Du musst nicht gerade, sondern wirf mich ruhig hier rüber. Okay. Oh. Alter, in dem Level gibt es so viele Deadlocks, das wäre jetzt richtig frustrierend, ey. Ah, guck mal, wir hätten wieder hochwerfen können. Vielleicht. Also, was? Ah, ja, 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 okay. Warte mal, das ist aber auch dafür da, um da hochzukommen, ne? Was mache ich denn hier für Stuntmoves, ey? Oh, ja, ja, ja. Nur nach gerade oben werfen. Ups. Warte. Fack mich! Ah, verdammt. Zu früh. Komm mal. Ups, ich lasse dich fallen, wenn ich falsch springe. Nice. Jetzt musst du das als Kleiner nochmal machen, denn ich muss dich auffangen. I guess. Doll. Sind wir amazing, oder was? Ja. Okay, wirf mich da oben durch. Permission to throw. Scheiße, Mann! Warte mal, ist da oben was? Nee. Ja, wir müssen da gar nicht durch. Warte mal. Warte mal. Oh, kannst du zurückkommen? Komm mal zurück. Oh, warte. Entschuldigung. Für den Power. Ja. Ja, warte. Ach, du willst mich von hier aus da hochwerfen? Okay. Ich schmeiß dich einfach hoch und du gehst rüber. Ach so. Oh. Ja. Das reicht nicht, ne? Reicht nicht. Oh. Äh, uh. Okay. Okay. Nee, ich glaube, wir müssen beide von dem Pad da unten gegen das Glasdach springen. Meinst du? Keine Ahnung, also ich denke, da oben wird wahrscheinlich wieder nur so ein Troll sein. Seien du bist immer noch confident, dass du mich da durchwerfen kannst, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das irgendwie passt. Ich will. Komm her. Okay. Passt. Strike one. Strike two. Ja, okay, wir versuchen es von unten. Wenn wir beide ja relativ gleichzeitig hier gegen dotzen. Oder abwechselnd als Vetter? Nee. Bäm. Warte. Gotcha. Gotcha. Oh shit, warte, ich muss auch da hoch. Wait, I need you. Oh, warte, nein. Geht aus. I need you. Nee, aber doch nicht. Ja. Doll, das war wie so eine Melodie. Okay, wir müssen gleichzeitig nochmal springen. Oh mein Gott, ey. Okay. Oh, sollen wir das anzählen vielleicht? Ja. Und eins, zwei, drei. Oh. Gut, dass du angezählt hast. Warte, wir müssen gleichzeitig springen. Alter. Können wir nicht einfach springen? Ach, wir versuchen es nochmal. Eins, zwei, drei. Bäm. Kling doch. Ich bin nicht so wichtig. Komm her. Und wie kommen wir jetzt da rüber? Ah. Okay. Well, it looks like you have to stand on one of these. Okay. Oh, willst du das Ding dir dann doch holen? Kannst nach oben werfen und dann weggehen. Dann. Ah, ich mein. Okay. Und jetzt? Weiß ich nicht. Ich kann nicht den hier machen. Ah, bring mir mal das zweite Ding. Du meinst den zweiten Würfel? Ja. Ja, das würde ich aber auch wieder brauchen, ne? Also ich schwöre dir, wenn in diesem Level noch eine Sache schief geht, dann werden wir einfach das letzte Level nie sehen. Vielleicht ein bisschen doof. So. Aha. Really? Ansaugen. Saug du. Yes. So, jetzt bring ich die Würfel wieder runter. Oh. Ja, schmeiß mich nochmal hoch. Ach so, ich dachte, okay. Okay. Bäm. Doi, close. Ja, wir brauchen aber nur einen, weil wenn hier drüben einer draufsteht, so, weißt du, ich jump mal drauf, jetzt geh wieder runter. Ich bin jetzt hier. Was ist das da oben für ein Knopf? Sehr gute Frage. Mach die mal dick und nehm die Würfel. Doi. Den wollte er nicht. Den will er aber. Au. Ach so, dann kriegst du mich da rauf, pass auf. Easy. Ja. Oh, yay. Oh. Hey. Tried so hard. But failed so much. So, weißt du was? Ich muss links rum. Okay, nochmal. Wir haben halt wieder die Geheimgänge nicht, aber jetzt ist egal, oder? Komm durch. Komm durch. Shit. Hey, dieses Level. Das hat uns jetzt aber auch Nerven gekostet. Alter. Oh, ernsthaft. Alter, ich bin am schwitzen, wie blöd. Ja, Mann. Also richtig, ey. Danach erstmal nochmal duschen, ey. Klatschnasse Hände. Oh, ja. Vielleicht geht deswegen die X-Taste auf meinem Controller nicht mehr so richtig, weil es ist einfach nass. Aber finally. We did it. We did it. Letztes Level, ey. Nee, das letzte Level ist genauso. Ja, dann bis zum letzten Level, ne? Bis zum nächsten Level. Tschüssi, macht's gut. Tschüssi, macht's gut. Tschüssi, macht's gut. Tschüssi, macht's gut. Tschüssi, macht's gut.